ja wikinger willkommen zurück zu einem kleinen test ich habe vor einigen wochen oder monaten mal jurtun Valhalla mir runtergeladen weil es bei epic games kostenlos zur verfügung stand und da würde ich heute mal reinschauen ich glaube nicht dass es ein dauerhafter titel wird es ist eine art action adventure open world puzzle spiel und da schauen wir jetzt mal rein ein man eftir hljóðinu þegar veiðurinn splundraðist ylfrinnu í vindinum og öldu skellum í andliti mínu úr mín fröisur kulda sem á ólíkur öllundu sem ég hafi áður uppleifat og skipið okkar sök í vægðarlausu djúpi sjávarins tók hálf geggsætt neyat ránar viðnir ég var dregin dýpra og dýpra í átt að gyðju sjávarins döiðin vært komin til að sækja mig bara áttu vilji sálarunar myndi ekki næja til að slökva þórstar ránar í bráðsina myrkri kom en þegar ég vaknaði var ég ekki höll þangs og beina heldur í kyrð og þögg aha mhm oho sieht schon mal schick aus jetzt kann ich laufen auf x kann ich leichte Angriffe y schwere auf a kann ich ausweichen Schultertasten machen noch nichts da kann ich aber dann Götterfähigkeiten hin und her schalten kann ich hier farmen gib mir doch mal was ok also ich bin eine Wikinger-Mait ohne Schild also keine Schild-Mait und bin jetzt gestrandet ok ok ð axðræsíl Der Weltenbaum. Ah, okay. Ich dachte, ich komme jetzt in einen extra Dungeon. Der Grabhügel. Jötenheim. Ich finde die Originalsprache. Ich weiß halt nicht, ob es jetzt Schwedisch oder... ...norwegisch ist oder wie weit es da Änderungen in der Honetik gibt. Aber ich finde das cool. Also für Wikinger-Fans... ...schon mal eine... ...einen eventuellen Blickwert. Okay. So, hier habe ich... ...irgendwelche... ...kann ich... ...ja, darf ich das sammeln? Oder gehen die auf und wieder? Okay. Okay, ich weiß nicht ganz... ...und wie weit hier... ...na, okay. Da verliere ich Leben. Kann ich hier wiederherstellen vielleicht? Ah, bei den Dingern... ...kriege ich sozusagen keinen Schaden. ...juck die Nase. Da hängt wieder ein Hardware. Oh, da kann ich runter. Okay. Oder auch nicht. Schönen guten Tag. Also noch bin ich hier ziemlich... ...verlassen, was... ...die Orientierung der Welt angeht. Ist denn sowas wie eine Map? Ah, hier. Guck mal. Guck mal, guck mal. Kann ich noch was bei Einstellung ändern? Dann... ...Grafik. Ja, ich kann leider nur hochskalieren. Aber für den besseren Video-Codec... ...muss ich halt auf 2K hochladen. Sonst sieht es auch auf 1080p... ...ziemlich schlecht aus. Aber das ist meistens so. Bei gezeichneten Sachen kannst du selten... ...Frame Rate und Skalierung verändern. Weil die Animationen und Zeichnungen ja festgesetzt sind. Oha. Mimir, erfrische den Geist. Könnte ich mir so einen Werbungsspot vorstellen. So ein bisschen folgen mir die Augen. Die Pupillen. Ja, und muss ich jetzt auf das Siegel? Achso, das habe ich schon gemacht. Okay, okay, okay. Ja, dankeschön, Mimir... ...für diesen Energy Boost. Ich drücke, ich drücke alles. Alles, was ich kann. Ähm. Ähm. Nichts passiert. Okay, dann gehe ich nochmal zu diesen schämenhaften... ...Bild. Hallo? Achso. Achso. Eins habe ich gesammelt. Zwei muss ich noch. Das glaube ich... ...bedeutet das. Und ich kann nach links und nach rechts. Nichts. Hm. Hm. Okay, gehe ich erst runter. Runter, 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 runter. Ja. 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 Shit. Shit. Wohin? Wohlang? Dammit. Dammit. Tooth. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Kann ich porten? Nein. Okay, da muss ich jetzt aufpassen wie ein Fuchs. Oh shit. Hui. Und gesammelt. Okay, also Puzzlespiel warst ja schon sehr gut. Momentan gibt es wenig Kampf. Dafür Rätsel. In Anführungsstrichen. Okay, also Puzzles. Okay, also Puzzles. Oben links die Einheiten einsetzen. Jetzt habe ich noch eine Heilung. Okay, verstanden. Ich sehe mich gar nicht auf der Map, oder? Bin ich der Kringel? Goldene Apfel. Goldene Apfel. Okay, jetzt ist natürlich die Frage. Open World-Spiel, Puzzlespiel. Wie weit stehen mir hier extra Wege zur Verfügung? Ne, das ist ja immer wichtig. Naja, wir schauen mal nach. Hier konnte ich zurück. Es soll ja eh nur eine Art Antesten sein, weil das war kostenlos und ich fand den Zeichenstil und den Trailer so cool. mit den ganzen Göttern der nordischen Mythologie. Und da dachte ich mir, Mensch, guck doch mal rein. Da brauche ich jetzt keine lange Aufnahmephase in meiner Weiterbildungszeit, dass ich da jetzt fünf Stunden aufnehmen muss. Aha, okay. Weg mit euch. Zack, zack, zack. Ah, Krebel. Wo ist da da war? Okay, ich kann direkt rausrollen. Komm aber hier nicht. Okay, ich brauche einen schweren Angriff anscheinend. Und den nutze ich doch. Weg mit dir. Da ist die dritte. Wo? Okay. Okay, wie weit kann ich jetzt hier noch andere Wege finden? Pam, 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 pam. Also die Steine zeigen mir offensichtlich Wege. Weg da. Ist das dein Day of the Tentacle oder was? Was? Nötz aber. Also hier ist wirklich kein Weg. Wenn ich keine Bodenplatten habe. Alter, Alter, Alter. Ho, 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 ho. Wenn ich nicht diese Wegplatten habe, kann ich wahrscheinlich da auch überhaupt nicht lang gehen. Gut, das merke ich mir. Ich weiß noch nicht, ob ich bei dem schweren Angriff spezielle Optionen freischalte, wenn ich genau... Also ich brauche nur einmal draufdrücken und kann wieder loslassen. Dann lädt sie auf. Und wenn dieses Ping kommt, kann ich vielleicht nochmal drücken und dann... Nee. Ah Mist, jetzt habe ich Heilung aus Versehen. Ich dachte, das wäre Rollen. Öffne dich. Also, ambientetechnisch ist das sehr cool. Oh, bam. Das ist ein White Walker. Oh, bam. Warte mal größer. Ich darf keinen Schaden machen, oder was? Komm mal hierher. Kann ich mit den Siegeln was machen? Oh. 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 Und nochmal größer. Nochmal. Ja, 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 ja. 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 Die Reichweite wird immer höher. Uh. 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 Wie? Ich treffe nicht. Uh. Immer der Nachteil von großen Gegnern. Die Beine. Ja. Heavy Hits. Schade. Gelegt. Die Sprache ist so nice. Also, man sieht auch in dem Trailer immer große Gegner. Hydra oder was weiß ich. Vielleicht den Fenriswolf. Wow. Du hefur fündet Ruhn Yardar. Yardar. Okay, wir gehen weiter. Weil wir ja noch ein bisschen was von dem Game sehen wollen. Die Leere. Okay, ist das jetzt ja schon, äh... All righty then. Machen wir das doch. Okay, also bin ich jetzt am Rande des Ragnarök? Oder, ähm... Soll ich jetzt nach... Soll ich jetzt Yggdrasierfällen? Soll ich nach Asgard reisen? Heimdall besuchen? Oder was ist ja fase? Mach auf! Also wie gesagt, Inszenierung ist top. War so ein kleines, schnuckeliges Spiel. Gib mir Leben! Mimir, ne, wie hieß er? Mimik, Mimir? Ja. Erfrische meinen Geist. Dank dir, Mimir. Ist das nicht lang... Kriegt man... 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 Die ganze Zeit... Nach oben gucken. Okay, es ist dunkel. Ich merke mir, Bodenplatten sind sehr wichtig. Probier nochmal was. Den Heilungsknopf zu drücken an den Blumen. Vielleicht hätte ich dadurch ja was freischalten können. So, jetzt muss ich aber... Zurück zu Mimir und mich nochmal laden. Äh, Mimir, ich hab... Äh... Eine... Eine Ladung fallen lassen. Die ist mir kaputt gegangen. Gib doch bitte nochmal... Shit. Kann ich nur einmal frischen? Oder was? Das ist natürlich doof. Das ist natürlich doof. Ja. Soviel dazu. Bist aber auch geizig. Junge, Junge, Junge. Okay, dann gehen wir doch erstmal... Hier nach rechts. Einmal probieren. Okay. Uh, kaputter Rasen. Ausstehen. Es ist Zeit. Oh, hello there. Ah, mit den Schatten. Das ist schon... Oh, mega gut. Müssen wir vielleicht die einzelnen Wurzeln? Ah, damn it. Gift. Achso, ja. Ich muss ja hier hin wahrscheinlich. Das macht Sinn. Und jetzt Feuerwerk. Nein. Ausweichen. 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 Shit. Shit. Okay. Tob dich aus. Ich warte auf den richtigen Angriff. Ja. 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 Angriff. Ah, da kann ich nicht ausweichen. Und ich habe keine Heilung mehr. Ja. 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 Mach auf. Ja. 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 Ich hacke mich hier durch, durch dein komischen Wald. Bis es hier knallt, bist du weg vom Fleck und ich bin jetzt auch tot. Okay. Let's go. Versuch Nummer drei. Komm schon, streck schön dem Bauchnabel raus. Aufladeschlag. Los geht's. Auf den Bauchnabel und Heavy Hints. Ja, da ist wohl jemand sauer. Heavy Hits. Bam. Und schnell, 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 schnell. Ja. Noch geschafft. Ja. Und Heavy Hitter. Let's go. Bam. Ah, dammit. Dafür brauche ich die Rampen weg. Okay, okay, okay. Dafür muss ich die Wurzeln wegmachen. Das wird hier nichts nützen. Oder vielleicht doch... Heavy Hill. Let's go. Also für das Ausweichen brauche ich schon beide Wurzeln weg. Komm, lass mich rein. Lass mich rein. Weg mit dir, Holzfäller-Arts. Weg mit dir, Holzfäller-Arts. Jetzt geht's super abhoch, mein Freund. Tschüss. Ich krieg trotzdem noch Schaden. Auf die Packe. Spalte. Dem Baum. Und Finisher. Du hefur áhenein der Hilli-Góðana. Vielen Dank, vielen Dank. Dillier Ginungagab. Hau hans. Hau hans. Okay. Ja, Leute, ich würde sagen, das reicht eigentlich auch schon für den ersten Einblick. Und wenn ihr persönlich Bock habt, dass ich da nochmal reinschaue, vielleicht für ein, zwei Bosse, schreibt das gerne in die Kommentare. Und ich würde es jetzt aber nicht durchweg durchzocken, da es ja vom Kampfsystem doch eher ein bisschen mau ist momentan noch. Vielleicht ändert sich ja das. Aber also ich finde Story, Aufmachung mit dem Zeichenstil und mit der Geschichte finde ich schon extrem schick. Kann man sagen, was man will. Und ich meine, nordische Mythologie, Odin, Thor, Asgard, hast du nicht gesehen? Immer gut. Also immer was, was gerade auch mich begeistert. Ja, und ansonsten, wenn euch da Content gefällt, lass gerne ein Like, Comment oder Abo da. Und wir sehen uns dann bei dem nächsten Spiel. Mal schauen, ob ich Metal Hellsinger nochmal probiere, mich da ein bisschen durchzugrinden. Momentan fehlt mir einfach nur die Zeit aufgrund der Weiterbildung. Und ja, dann werde ich Titanfall Northstar nochmal ausprobieren. Für mich wirklich die Zukunft des Multiplayer-Ego-Shooters, gemoddetes Gameplay. Da werden wir noch reinschauen. Da wird in den nächsten Tagen auf jeden Fall was kommen. Und ja, schaut bei Twitter und Instagram vorbei für die einzelnen Folgentrailer. Und wir sehen uns bei dem nächsten Spiel oder der nächsten Folge. Bis dahin und ciao.